Ich lerne Deutsch. Nummer 13406 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gibt es etwas Besseres als Eis an einem heißen Sommertag? Für uns nicht. Gibt es etwas Besseres als Eis an einem heißen Sommertag? Für uns nicht. Die Feuerwehr führt eine Analyse durch, um festzustellen, wie man den Brand am besten löscht. Die Feuerwehr führt eine Analyse durch, um festzustellen, wie man den Brand am besten löscht. Wir treffen uns hauptsächlich am Wochenende. Betont, dass ihre Treffen überwiegend am Wochenende stattfinden, aber nicht ausschließlich. Wir verbringen unvergessliche Flitterwochen an magischen Orten. Ich habe heute mein ganzes Geld ausgegeben. Als Influencerin ist es wichtig, mit negativen Kommentaren konstruktiv umzugehen. Mein Mann ist für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland. Er schickt mir immer Morgengrüße. Mein Mann ist für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland. Er schickt mir immer Morgengrüße. Mein Mann ist für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland. Er schickt mir immer Morgengrüße. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. von der Dschung Gähl